Osnabrück setzt nach, erobert den Ball zurück. Niemand ist das, Felix Hiegel mit der Übersicht. Und das ist Florian Klein-Hansel. Aus der Distanz bringt der Osnabrück in Front. Das 1 zu 0 in der 35. Minute. Was ein wunderschöner Abschluss von Klein-Hansel. Sein erst zweites Tor überhaupt in Liga 3. Nicht zu machen für Morten Behrens. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.